Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Heute mal was ganz Neues auf diesem Kanal, ihr seht es wahrscheinlich schon am Titel. Wir schauen uns heute in diesem Video mal ein KNX Gerät etwas genauer an. Und um was für ein Gerät handelt es sich dabei? Naja, wir schauen uns heute das Elzner Fabro an. Das Elzner Fabro ist ein KNX Display mit IP66 Zertifizierung, also ein Display, das ihr sogar im Außenbereich montieren könnt. Und wir schauen uns in diesem Video mal an, was mir so an dem Panel gut gefällt, was weniger und was allgemein so meine Meinung zu dem Panel ist. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass ich das Elzner Fabro mir von einem Arbeitskollegen ausgeliehen habe, der sich das privat gekauft hat, um es bei sich zu verwenden. Und ich habe mir das dann einfach mal kurzerhand ausgeliehen, vielen Dank an der Stelle noch einmal, um hier auf diesem Kanal ein Review-Video darüber zu machen. Und ich sage euch nach dem Intro einfach mal meine Meinung über dieses Panel. Zunächst einmal noch ein paar allgemeine technische Daten zu dem Gerät. Wenn wir uns das Gehäuse von dem Fabro mal anschauen, dann handelt es sich dabei um eloxiertes Aluminium. Und das wirkt in meinen Augen auch wirklich sehr hochwertig. Die Montage von dem Panel erfolgt relativ einfach. Mit dabei ist ein Montagerahmen, auch aus Aluminium, der entsprechend einfach auf die Schalterdose aufgeschraubt wird. Und dann wird das Panel eingehakt und von unten noch einmal verschraubt. Das Besondere an dem Fabro ist eben, dass es eine IP66-Zertifizierung hat. Das bedeutet, es ist dicht gegen Staub und geschützt gegen Berührung. Und es ist geschützt gegen schweres Strahlwasser und vor dem Eindringen von Wasser bei kurzzeitiger Überflutung. Also selbst dagegen ist dieses Panel geschützt. Diese IP66-Zertifizierung, die sieht man dem Gerät auch wirklich an. Und das meine ich jetzt gar nicht mal negativ, denn durch diese IP66-Zertifizierung ist das Gerät zum einen wirklich sehr schwer. Das bedeutet, wenn man das mal in die Hand nimmt, dann merkt man wirklich diesen Aluminiumrahmen. Das komplette Gerät wiegt mit Kabel 950 Gramm. Und vom Optischen her ist dieser Aluminiumrahmen einfach sehr hochwertig. Wir haben hier überhaupt keine Plastikteile verbaucht. Aber kommen wir doch mal zu den Funktionen. Was kann ich denn mit dem Gerät alles so machen? Von der Grundfunktion sieht es so aus, dass ich auf diesem Elsener Fabro fünf verschiedene Seiten habe mit bis zu acht verschiedenen Schaltelementen, die ich dann selber komplett frei konfigurieren kann. Daneben gibt es auch noch einen Bildschirmschoner und auch Alarmfunktionen. Zusätzlich sind noch acht UND sowie acht ODER Logiken mit integriert, die ich benutzen kann. Aber auch das ist man eigentlich von Elsener Produkten gewohnt. Also wenn man sich mal die Wetterstationen oder auch die anderen Displays mal anschaut, diese Logikfunktionen sind eigentlich standardmäßig immer bei den Elsener Geräten mit dabei. So auch hier bei diesem Gerät. Dazu gibt es dann auch noch mal ein Multifunktionsmodul. Multifunktionsmodul heißt, es ist letzten Endes eine Rechenfunktion, mit der ich verschiedene Rechenoperationen durchführen kann. Ein weiterer Punkt, der mir bei dem Display wirklich sehr gut gefällt, von der Konfiguration her, ist, dass alles aus der ETS heraus erfolgt. Das bedeutet, ich brauche keine zusätzlichen Tools oder Apps, die ich in die ETS installieren muss, damit ich das Fabro parametrieren kann. Sondern ich brauche wirklich nur die Produktdatenbank und kann dann aus den ETS-Parametern das Display komplett so konfigurieren, wie ich es gerne hätte. Zumindest mit den Einschränkungen, die über die Parameter gemacht werden. Und das wollen wir uns doch auch jetzt mal live anschauen. Ich bin jetzt hier in der ETS und habe hier einfach mal ein Projekt angelegt und nur das Panel hinzugefügt. Keine Sorge, für später habe ich auch noch ein Beispielprojekt vorbereitet, damit wir uns die eine oder andere Funktion auch mal wirklich anschauen können. Ich sage mal, von der grundlegenden Parametrierung unterscheidet sich das Elsner-Panel von anderen Elsner-Geräten eigentlich kaum. Also wer schon mal mit einem Elsner-Gerät gearbeitet hat, sei es jetzt eine Wetterstation, ein anderes Display, die wird auch relativ schnell hier zurechtkommen bei der Parametrierung des Fabros. Grundsätzlich ist das Ganze eben so aufgebaut, dass ich hier meine bis zu fünf Seiten habe, die ich anlegen kann. Und auf diesen fünf Seiten, den kann ich dann natürlich einen Namen verpassen, kann ich dann bis zu acht Funktionen hinzufügen. Dann kann ich jetzt hier diese acht Kanäle frei konfigurieren, so wie ich es gerne möchte. Also diese acht Flächen werden dann entsprechend entweder belegt durch so eine Anzeige oder eben durch ein Eingabeobjekt. Und hier habe ich jetzt eine Vielzahl von Optionen, also ob ich das Ganze jetzt als tasten möchte, ob ich einen Wert vorgeben möchte. Die Wertvorgaben sind letzten Endes bei allen gleich von dem Verhalten her. Es ist letzten Endes ein Fenster, das dann auftaucht, wo ich dann den Wert eingeben kann und abschicken kann. Bei den Bedienungselementen hier unten haben wir jetzt einen Punkt, der mir nicht gefällt. Denn es ist so, dass ich eine Jalousie auf, ab auf zwei Schaltflächen auftrennen muss. Also ich habe nicht die Möglichkeit, eine komplette Jalousie-Funktion auf einer Kachel darzustellen. Was ja durchaus möglich ist, denn die Fläche an sich ist wirklich groß und auch würde sich in meinen Augen gut bedienen lassen, selbst wenn da zwei Pfeile drauf wären, einmal für auf und einmal für ab. Ich brauche immer zwei Kanäle, idealerweise oben und unten, die ich dann festlege als Bedienung Langzeit 1 und Bedienung Langzeit 0. Also bei so einer klassischen Jalousie-Bedienung mit Auf- und Ab-Taste gehen mir immer zwei Kanäle pro Seite verloren. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann habe ich auf einer Seite nur vier Jalousien, die ich hier darstellen kann. Das gleiche gilt übrigens auch für das Dim. Genau dasselbe Spiel mit dem Unterschied, hier gibt es auch noch die Möglichkeit des Eintasten-Dimms, wobei auch das wieder nicht bedeutet, dass ich auf einer Schaltfläche hoch- und runterdimmen kann, separat, sondern dieses Eintasten-Dimmen macht, also immer abwechselnd hoch- und runtergedimmt wird. Das ist etwas, was mir so nicht gefällt. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, der mir nicht gefällt. Das wäre nämlich hier der Punkt mit den Eingabewerten. Wenn wir jetzt hier einfach mal das ganze Eingabe-Umschaltung aktivieren. Also das wäre ja ein klassisches Tasten. Dann habe ich das Problem, wenn wir in die Kommunikationsobjekte mal gehen, dass dieser Kanal immer als Ein- und Ausgang deklariert ist. Also ich habe kein separates Feedback-Objekt. Wo wird das jetzt zum Problem? Na, es wird dort zum Problem, wo ich diese Tastenfunktion beispielsweise mit einem Schaltkanal verknüpfe, der auch noch in einer Zentralfunktion drin ist. Weil dann kommt dieses Umschalten-Element nicht mit, dass der Zustand des Kanals sich zwischenzeitlich geändert hat. Beispielsweise eben über eine Zentralfunktion oder eine Szene. Das hatten wir ja schon in der KNX-Videoserie. Da hatte ich euch diese Situation, dieses Phänomen ja eigentlich auch schon mal gezeigt. Und das zieht sich durch die verschiedenen Elemente auch durch. Auch bei den Eingabewerten ist es hier genau das gleiche Spiel. Wenn ich hier eine Vorgabe mache, eine Wertvorgabe, also hier zum Beispiel 0 bis 100 Prozent, was ich ja beispielsweise für die Jalousie ganz gerne verwende, dann habe ich auch hier wieder das Problem, ich kann nicht Wertvorgabe und Rückmeldung von dem Gerät separat verknüpfen. Und das brauche ich ja an manchen Stellen. Das sorgt jetzt natürlich nicht dafür, dass ich die Funktionen gar nicht nutzen kann. Um Gottes Willen. Allerdings ist es halt ein wenig unschön, denn wenn ich die Rückmeldeadresse schon separat brauche, beispielsweise, weil ich eben diesen Fall habe mit Zentralfunktionen oder Szenen, dann kann ich eben diese Rückmeldung nicht für das Panel noch verwenden. Und dann muss ich unter Umständen zweimal drücken beim Umschalten. Vom reinen Funktionsumfang, was wir hier machen können, sind wir hier eigentlich sehr flexibel. Und auch bei den ganzen Anzeigewerten hier, gerade mit Fließkommazahl, ist es auch wirklich schön, dass ich den Wert noch einmal verändern kann. Wenn ich zum Beispiel von einer größeren Einheit in eine kleinere möchte. Ich habe das jetzt hier mal an dem Panel als Beispiel gehabt, mit dem Stromperfbrauch, den kriege ich über das Kommunikationsobjekt in Ampere. Ich möchte ihn aber auf dem Panel in Milliampere anzeigen und dann multipliziere ich diesen Wert einfach im Panel mit mal 1000. Und dann funktioniert das Ganze auch. Also das ist wirklich ganz gut umgesetzt. Es gibt allerdings eine Funktion, die mir hier tatsächlich fehlt, beziehungsweise zwei, das wäre einmal die RGB und die HCL-Steuerung. Also RGB-Beleuchtung und Human-Centric-Lighting, also Warm-Weiß-Kalt-Weiß-Steuerung. Das kann ich über dieses Panel leider nicht so einfach umsetzen. Human-Centric-Lighting würde vielleicht noch funktionieren über ein separates Wertvorgabeobjekt, wo ich die Kelvin-Anzahl einfach eintippe. Aber ein Element, wo das Ganze entsprechend schon alles vorgefertigt wäre, wäre natürlich besser gewesen. Was ich mir auch gewünscht hätte, wären Schieberegler bei der Wertvorgabe. Das ist nämlich von der Bedienung her, finde ich ein wenig schneller, als wenn ich erst noch einmal auf das Element drücken muss, dann den Wert eingeben muss und dann das Ganze auch noch bestätigen muss. Da wäre es cool gewesen, wenn es die Option gegeben hätte, dass ich einfach auswählen kann, ob Schieberegler oder Wertvorgabe. Hier haben wir dann zusätzlich noch diese Alarm-Funktion. Das sind entsprechend acht verschiedene Eingänge, die ich nutzen kann. Einfache, binäre Eingänge, 1 oder 0. Da kann ich dann einen Ton abspielen und zusätzlich auch noch einen Text anzeigen. Das ist auch ein ganz nettes Feature. Hier unten haben wir dann die Berechner und die Logiken, die ich angesprochen habe, die man eigentlich so von allen anderen Elzner-Geräten auch kennt. Aber schauen wir uns das Gerät doch mal an mit einer kleinen Beispiel-Applikation. Ich habe jetzt das Display einfach mal mit einer kleinen Demo-Anlage verbunden und habe das Ganze mal so konfiguriert, wie man das vielleicht später auch nutzen kann. Auf der ersten Seite habe ich mal so ein bisschen ein paar Infoseiten angelegt, einfach mal um ein paar Wertanzeigen hier durchführen zu können. Also wir haben dann hier zum Beispiel einmal die Temperatur, Buslast, Spannung und Strom. Im unteren Fenster seht ihr dann die Bandaiden-Eingabeobjekte für Datum und Uhrzeit. Ich kann dann eben draufklicken und Datum und Uhrzeit einstellen. Das wird dann einmal an den Bus gesendet und das können dann entsprechend die anderen Geräte für sich nutzen, um dann beispielsweise die Uhrzeit im Bildschirmschoner anzeigen zu können. Dann haben wir eine zweite Seite, die habe ich hier jetzt einfach mal Küche genannt. Die ist Passwort gesichert. Also auch das funktioniert. Und das Passwort muss ich nicht zwingend in der ETS einstellen, sondern das kann ich auch im Nachhinein noch am Panel selber verändern. Wenn ich mich dann hier einmal einlogge, dann haben wir jetzt hier eben entsprechend diese angesprochenen Jalousie-Objekte. Also ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Felder gebraucht, um diese zwei Tasten zu haben. Eben einmal Jalousie nach oben und einmal Jalousie nach unten. Dann haben wir hier noch das Umschalten-Objekt und hier zeige ich euch eben jetzt mal genau das. Ich schalte das Deckenlicht jetzt mal hier ein, links oben und links unten habe ich noch die Zentralfunktion beziehungsweise die Szenenansteuerung. Und ihr seht, dass sich der Zustand oben nicht verändert. Das ist eben dieser Nachteil. Dann haben wir in der Mitte die Eintastenbedienung. Dann haben wir noch für die Küchen-Deckenspots noch eine Wertvorgabe für den Dimmwert. Da kann ich dann einfach draufdrücken und wie schon bei der Uhrzeit einfach den Wert eingeben, auf den ich die Beleuchtung dimmen möchte. Zusätzlich bei den Funktionen kann ich dann natürlich auch noch die verschiedenen Icons einstellen. Hier habe ich eine ganze Reihe an Icons zu Vorauswahl, eigene hochladen kann ich hier aber nicht. Aber was ist jetzt mein Fazit zu diesem Display? Also, wie bereits erwähnt, was mir wirklich sehr gut gefällt, ist einmal die Optik und die Haptik von dem Gerät. Es fühlt sich einfach alles wirklich sehr hochwertig an durch diese IP66-Zertifizierung und den damit verbundenen Aluminium-Rahmen. Es macht einfach einen sehr wertigen Eindruck. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass ich alles aus der ETS 6 heraus parametrieren kann, ohne irgendwelche nervigen Zusatz-Tools installieren zu müssen. Das ist wirklich sehr einsteigerfreundlich, dass ich eben entsprechend alles hier über die ETS heraus konfigurieren kann. Kommen wir mal zu dem, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Und zwar ist das zum einen die Anzahl der Funktionen. Fünf Seiten mit diesen acht Funktionen ist in meinen Augen ein bisschen wenig. Gerade auch mit dem Hintergrund, ihr habt es gesehen bei der Jalousie-Funktion, dass ich das auch noch auftrennen muss auf diese zwei Schallflächen. Wenn ich jetzt eine Schallfläche hätte benutzen können für die Jalousie-Funktion, für die DIM-Funktion, dann wäre das wieder was anderes. Dann würde ich sagen, das passt einigermaßen. Aber besser hätte es mir eben gefallen, wenn ich mehr Seiten hätte, beispielsweise auch Unterseiten, also dass ich in eine Seite reinspringe, dort wie einen Ordner habe, in den ich dann nochmal reinspringen kann. Und auch, wie gesagt, dass ich die Bedienung von Jalousie, DIMmen, alles über eine Schallfläche regeln kann. Ansonsten die paar Kleinigkeiten, die hatte ich euch ja eben schon gesagt, mit diesen separaten Rückmeldeobjekten, was wirklich ganz nützlich wäre, dass es keine RGB- bzw. HCL-Elemente gibt. Klar kann ich mir da so ein bisschen behelfen über die Wertvorgabe, aber ein Element, wo ich einfach die Farbe einstellen kann, wäre natürlich schöner gewesen. Ein letzter Kritikpunkt an der Stelle noch sind die Zusatzfunktionen, die mir so ein bisschen fehlen. Klar, ich habe Rechner- und Logikenfunktionen, das ist ja auch soweit in Ordnung, aber wenn ich schon so ein großes Display mit 7 Zoll habe, das auch noch optisch so hochwertig ist und sich auch gut bedienen lässt, dann wäre es doch nicht mehr als schön gewesen, wenn ich noch so ein paar Zusatzfunktionen gehabt hätte, wie beispielsweise Zeitschaltuhren, die man ja über so ein großes Display wirklich sehr komfortabel einstellen kann. Also, was kann man abschließend zu diesem Panel sagen? Wo liegt der Einsatzzweck? Den muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Also, klar, die IP66-Zertifizierung sorgt natürlich dafür, dass ich das Display sogar im Außenbereich hinhängen kann, aber es ist natürlich auch dafür gedacht, zum Beispiel in Fabrikhallen oder in irgendwelchen Werkstätten das Ganze hinhängen zu können und dort eben ein Display zu haben, was robust ist und was nicht durch Schmutz, Wasser etc. kaputt geht. Dafür ist das Panel wirklich super geeignet und da gibt es auch schlicht und ergreifend keine Alternative, wenn ich immer ein solches Display brauche. Für den klassischen Wohnungsbau ist das Panel für mich vom Funktionsumfang einfach zu wenig. Ich kann das Panel hier nicht als Bedienzentrale verwenden, sondern eigentlich nur als weitere Bedieneinheit. Was meine ich jetzt damit? Naja, ich kann das Panel eben nicht verwenden, um es zentral irgendwo hinzuhängen und damit zentral mein Gebäude steuern zu können. Dafür sind das a zu wenig Seiten und Elemente und b fehlen eben solche Zusatzfunktionen wie Zeitschaltuhren Als hochwertige Bedieneinheit kann man das Panel natürlich super verwenden. Also als zusätzliche Einheit. Beispielsweise dann eben auch im Außenbereich, bei einer Poolanlage, wo ich den Pool darüber steuere, die Außenbeleuchtung und das wirklich dann auf einem sehr hochwertigen Niveau. Mich würde mal eure Meinung zu dem Panel interessieren. Vielleicht habt ihr ja auch schon praktische Erfahrungen mit dem Gerät und es selber schon verwendet. Dann schreibt mir das gerne unbedingt mal unten in die Kommentare und gerne auch mal, was für Panels ihr so in eurer KNX Installation verwendet oder welche ihr schon verbaut habt und was damit so eure Erfahrungen sind. Schreibt auch gerne eure Kritik zu diesem Format unten in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch weniger gefallen hat und ob ihr euch mehr solcher Reviews bzw. Gerätevorstellungen wünscht. Wenn ja, gerne auch mit Vorschlägen. Vergesst nicht zu abonnieren und liked das Video, wenn es euch gefallen hat und ich freue mich dann, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin! Bis zum nächsten Mal!